wir sind verschwunden wow sechs pfeile ja komm übertreibt doch gleich mit dem granatwerfer scheiß kack nun granatwerfer bin ich da mit dem granatwerfer man wir müssen jetzt einfach das dumme Viech da töten um da mit diesem blöden Spacken zu reden zu können boah kann man nicht irgendwie metzeln man Spaten ja komm her du Drecksviech und es hat wieder das volle Leben wir haben eh keine Chance wir haben einfach keine Chance wie soll man das packen wie soll das gehen schreib es in die Kommentare wie sollen wir gegen dieses dumme Drecks wie ich nur hier gewinnen er nicht dein Ernst nicht dein Ernst so einfach ging es hältst du da komm schon einfach hinten drauf warten bis es blöd rumbackt und dann einfach töten und dann einfach töten boah Sinn Mann es ist erledigt du willst dir nur einen Namen machen dein eigenes Volk wollte dich nicht haben also kommst du zu uns hör mal ich mache das nicht für mich gib eurer Sahik die Schuld ich tue nur was sie mir aufgetragen hat glaubst du ich habe Spaß daran Spaß und nur dann töten wir das dumme Viech um nur von irgendwelchen Deppen angemutzt zu werden das gibt es doch gar nicht ja was müssen wir jetzt hier machen ja hallo was ist hier die nächste Mission Mann hallo Teleport nein nicht Teleport Eroberung ne 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 zurück was ist denn das ach du ach 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 du scheilige Kacke müssen wir das komplett hier noch einnehmen ne das glaube ich aber nicht wie kommen wir jetzt hier zurück die Eroberung ist eine Gesamtdarstellung des Mondes Pandora der von der Firma oder den Navi kontrolliert wird erobern sie so viele Gebiete wie möglich und da übernehmen sie Kontrolle sie werden für ihre Siege mit Boni belohnt die Mainz-Spieler-Modus und bei der Erroberung also okay ach komm sie noch seht mich doch nicht ja ich möchte wieder zurück zurück ich glaube wir laufen jetzt einfach mal hier ein bisschen entlang hey v Dani найдel da kommt etwas welcher den Rennen? Nee. Boah. Da regt man sich auf wegen so einem blöden Scheißtier und dann wird es so einfach getötet. Nur weil es da so rumbackt und nicht mehr einen angreift. Das hätte man echt wirklich besser machen können in dem Spiel. Bisschen Munition wenigstens. Ja, komm, töten uns doch gleich eine Milliarde Mal. Fühlst du dich dann besser oder was? Ich glaube, wir müssen die töten und dann können wir irgendwas, neue Missionen oder so machen. So, und jetzt haben wir jetzt hier ein bisschen Muni. Jetzt greifen wir jetzt mit Fienden. Boah, Mann, allein hier gehen die ganzen Spacken. So, und laufen wir einfach hier entlang. Oh, nicht dein Ernst. Es ist hier noch so eine komische Drohne da. Wo werden wir denn anstrengen? Ich blick's grad nicht. Ah, da, von dem. Ah, von ihr. Boah. Da, Pamper. Ja, wir müssen wahrscheinlich einfach hier hoch. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Äh. Hm, laufen wir weiter. Einfach hier eben entlang. Greifen wir sie uns vorwärts! Schau. Ja. Aber ich werd nur die Single Blade Kampagne spielen. 100 von Sektorenherausforderung. Toll. Oh, nö. Oh, hab mich kaputt gemacht mit deiner blöden Maschine. Oh. So. Einsammeln. Noch irgendwas. Was? Von wo kommt schon wieder so ein dummes Fiech? Was war das? Ich feiere. Die Nacht. Jetzt. Schauen wir sie uns vorwärts! Muss immer erst warten, bis sie schließen. Sonst sieht man sie nicht, weil sie eben mit ihrer Tarnkleidung übergutgetarnt sind. Diese kleine Tüppel. Und dann zerschnetzelt man sie so einfach. Oh. Auch noch mit. Was, der möchte einen Granatwerfer vorrücken. Boah. Das gibt's doch nicht! Wie viele von den Scheißdingern sollen noch kommen? Eine Handpistole. Ja, bist doch ein ganz toller Typ. So, so geht das. So geht das. Das sag ich dir. So, gibt's jetzt noch irgendwo was? Nö, sieht nicht so aus. Dann laufen wir mal hier zu diesem Bau. Lalalala. Was wollen wir jetzt hier mit dem Reden? Wow. Neckt das hier jetzt? Ja, toll. Was können wir jetzt hier machen? Langsam. Langsam. Ich glaube, wir teleportieren uns da hin. Ja. Oh, Warme. Und von da aus können wir dann dieses andere Teleportationssystem da nehmen, um wieder zu einem anderen Punkt da auf der Erde zu kommen. So, nehm ich da hin. So, ja. Reißen. Annehmen. So. Und da möchte ich eigentlich die nächste Mission machen. Wir müssen das Spiel durchzocken. Lade doch. So. Also, was müssen wir jetzt hier machen? Ich würde mal schauen. Irgendwie auch nichts müssen wir hier machen, oder? Was ist immer hier auf... Ich glaube, wir sind hier irgendwie Falschenkel. Ja. Ich muss Wasser trinken aus dem Fluss, wo jeder drin steht. Lecker. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir haben hier gar keine Missionen, oder so. Tokio, Naring. Swotolo. Blaue Lagune. Haben wir das Games durchgezockt, oder was? Einfach zum Haus bauen. Was ist jetzt los? Was sollen wir denn machen? Ich habe jetzt irgendwie nicht aufgepasst. Der Typ hat uns angemotzt, und dann fertig. Da kann auch nichts machen. Ich glaube, wir teleportieren uns jetzt einfach mal. Igna, mal ja, Dinge. Toku, Naring. Gehen wir da hin. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber... Gehen wir jetzt einfach mal da hin. Ach, wir müssen da hin. Oh, bin ich schlau. Bin ich schlau? Können wir irgendwie fliegen? Nope. Ich glaube, wir haben ja halt ja... Da beten, die ganzen Typen. Da, wir brauchen uns aber beten. Keine Ahnung, was die da machen. Mann. Okay. Neue Leck hier, oder was? So, währenddessen nehmen wir hier noch ein paar Zellproben mit. What the hell? Ach, du Kacke. Einfach mal hier im Wasserfall runterstürzen. Super Aktion. Oh, Mann. Das war jetzt nicht so schlau. So, hier auf dem Baum. Aber jetzt wird's auf einmal angezeigt. Vorhin wurde's nicht angezeigt. Da war ich mir sicher. Da war's wirklich nicht. Oder? Wenn ja, dann hab ich's übersehen. Dann tut's mir leid. Ah, da unten könnt ihr mich nichts anhaben. Ihr Scheiß. Aber ist doch gut, dass wir das Tier doch noch besiegt haben. Ich hab schon gedacht, wir müssen das Projekt abbrechen, weil wir euch einfach nicht schafft, das blöde OP-Tier zu töten, obwohl es dann doch so einfach ging. Oh, hier ist eine komische Blume. Ja, warum müssen wir jetzt eigentlich hin? Boah, ein bisschen... Wisst ihr was? Wir teleportieren uns da jetzt einfach hin. Ist mir doch jetzt egal. Wo ist hier der Teleportbaum? Ah, da oben wahrscheinlich. Komm schon, F. Hallo? So. So, wo können wir uns jetzt her hin teleportieren? Ähm, das nächste ist, glaub ich, das da. Ach, da muss ich jetzt erst auswählen. Da weinen, warum? Und wenn wir Glück haben, ist da irgendwie ein Tier und wir können da schneller hinlaufen. Oder so. Aber sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Boah, jetzt müssen wir schon wieder hier hin. Nee, nicht dein Ernst. Komm schon, erhol dich. Jetzt laufe aber mal ein bisschen schneller. Wolltest du endlich mit dem Typ da reden. Wir müssen vor viel Zeit verloren. Dafür, dass wir noch immer ganz viel. Das gibt's doch nicht. Was ist da los? Was ist das denn da oben? Kontrollpunkt starten. Konstrukt. Was sind wir denn jetzt? Boah, nicht... Pfff. Das kann man da wieder hin teleportieren. Sonst gibt's doch gar nicht. Ja. Ja, da zum Weidenbaum. Boah, Mann. Mann, 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 Mann. So, jetzt aber... Auf ein neues. Jetzt gehen wir nämlich schlauer vor. Boah, trifft doch mal. Komm schon. Jetzt mal die Zellprobe einsammeln. Da draußen tut sich was. Überprüfe es. Feierschutz, los vor. Fickst du noch die Kicht? Ich rühre mich nicht. Alter. Ich hatte's erwischt. So. Ach, da oben ist er. Wie sich hier alle verstecken. So Ameisen. So. Wo sind hier die Nächsten? Jetzt wählen wir hier den Pfeil aus. Und dann schleifen wir uns an. Was war das? Ich weiß nicht. Sie nach. Auf sie. Das reicht es. Räuchern wir sie aus. Ich gehe rein. Alles klar. Ja. Komm doch schon, Mann. Jetzt erst mal hier verstecken. Die dürfen uns jetzt nicht treffen. Scheiße. So. Jetzt können wir wieder hingehen. Nein, da sind sie! Feuer! Komm schon. So. So, Delle. Jetzt müssten wir, glaube ich, bald da sein. Hast du das gehört? Oh, da ist noch ein kleines Stück. Oh, da rum sind solche Viecher. Alter. Jetzt packt das Ding da rum, Peis. So. Die restlichen töten wir im Nahkampf. Da rum. Da rum. Ja.